Und so ist es auch bei mir. Warum gehen wir da, Markus? Differente Reise, warum ich da gehe. Da ist eine Reise in der Front. Markus ist nicht alleine und wir sind glücklich, dass Rachel mit uns, Rachel, von dort und dort zusammen haben. Wir sind glücklich für euch, Markus. Wir freuen uns für euch. Super. Okay, heute in der Predigt werden sich vielleicht eher die Hausfrauen, aber auch eventuell die Hausmänner mehr angesprochen fühlen. Heute in der Predigt, ich will sprechen, vielleicht wird die Hausfrau ein bisschen verletzt, aber sogar mehr die Männer. Es geht heute Morgen um etwas, was im Haushalt eigentlich nicht wegzudenken ist. Es geht um etwas, was Dinge verändert und wiederherstellt. Und es braucht aber etwas Zeit, bis sich diese Dinge verändern. Und es braucht Zeit, bis sich Dinge verändern. Vielleicht kannst du dir denken, was es all about ist. Nochmal? Salt? Nein. Jawohl, eine Waschmaschine. Die Waschmaschine. Es geht heute Morgen nicht um irgendeine Waschmaschine. Es geht um die Waschmaschine Gottes, wo jeder von uns durchgeht. Und heute ist es nicht um irgendeine Waschmaschine, sondern um die Waschmaschine von Gott, die er durchgeht mit jedem von uns. Und lasst uns aufstehen und aus Hebräer 12, Vers 11 lesen. Shall we stand up together and read from the Word of God, from Hebrew 12, Verse 11? Hebräer 12, Vers 11. Hebrew 12, Verse 11. Alle Erziehung bedeutet freilich für den Augenblick nicht Freude, sondern bringt Schmerzen mit sich. Später aber wächst daraus für alle, die sich diese Übung gefangen lassen, eine friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. No discipline seems pleasant at time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. In der anderen Übersetzung heißt es, alle Züchtigung oder Erziehung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. There is another translation that says, all discipline doesn't seem to be a joyful thing for the moment. Später aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Aber later on, for those who have been trained, produces a harvest of righteousness and peace. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Jesus, I thank you for this service. Ich danke, dass deine Gegenwart schon im Lobpreis spürbar ist. I thank you that you could feel your presence already in the worship time. Und danke, dass du möchtest, dass wir hier verändert rausgehen. Und lasst wirklich unsere Herzen offen sein, dass du uns verändern darfst. Und gib uns wirklich einen klaren Verstand, ja, wirklich einen reinen Gedanken, Herr. Und Herr, es geht nicht um mich, es geht um dich allein heute. And it's not about me, it's only about you, Jesus, this morning. Thank you for your presence, for your work among us. Amen. Amen. Es gibt eine Person in der Bibel, die ich persönlich sehr stark mag, es ist Abraham. Für mich ist er echt ein radikales Vorbild. Und in 1. Mose 22, Vers 1 sehen wir, und da steht, und es geschah nach diesen Dingen, das Gott Abraham prüfte. Es heißt hier, nach diesen Dingen, das heißt, es muss etwas passiert sein, das Gott Abraham geprüft hatte. Und wenn wir so das Leben von Abraham betrachten, gibt es immer wieder verschiedene Stellen und Situationen, wo Abraham durchgehen musste. Und da gibt es verschiedene Begebenheiten, wo er wirklich ein Opfer bringen musste, oder durch Veränderungen durchgehen musste, damit ihn Gott später wirklich gebrauchen konnte, oder er zum Segen wurde. Und da gibt es drei Opfer oder Veränderungsprozesse, durch die Abraham durchging. Ich lese nicht die einzelnen Bibelstern, ich zeige euch diese drei Punkte. Ich will nicht alle Versagen lesen, aber ich will diese drei Punkte lesen, aber ich will diese drei Punkte lesen. Das ist das erste Opfer, das er bringt. Das ist das erste große Offerung, das er bringt muss. Dass Gott ihm zum Segen setzen kann, musste Abraham seine Familie und sein Umfeld verlassen. In order that God make him a blessing, he had to leave his own country, his own people. Nur sein einziger Verwandter Lot und seine Familie ist noch bei ihm. Und das ist das zweite Opfer, er muss sich auch später von Lot, seinem engsten Verwandten trennen. Und auch später muss er dann bei seinem dritten Opfer seine eigenen Pläne bezüglich seines Sohnes Ismaels aufgeben und auch sich von ihm trennen. Und die zweite Offerung war mit Lot. Und die dritte Offerung war, wenn Gott Abraham testet, dass er sein eigenes Sohnes will, dass er seinen eigenen Sohnes ergeben hat. Richtig, und bei all diesen Glaubenserfahrungen musste Abraham irgendetwas vor sich geben, was auf natürliche Art und Weise für ihn kostbar war. Und er musste durch diese Veränderungen durchgehen. Und ich kann mir vorstellen, dass es schmerzhaft war und irgendwo für ihn auch Überwindung kostet hat, da zu sagen, ja Gott, ich folge dir. Aber auf jede dieser Erfahrungen folgt eine ganz besondere Segnung von Gott. Wir sehen in 1. Mose 12 Als Abraham aus seinem Heimatland rausging und seine Verwandtschaft verlassen hatte also praktisch sein Umfeld, wo er wirklich aufgewachsen war, wo er es eigentlich wohl fühlte wird Abraham dadurch ein Werkzeug des Segens Gottes für die Welt. Und Gott hat praktisch eine Verheißung auf sein Leben und seine Nachkommen gesetzt. Und auch als er sich von Lot trennen muss, Da sagt Gott auch, ich werde deinen leiblichen Nachkommen das Land als ewigen Besitz geben. Gott segnet dieses Opfer zu den Descendants von Abraham. Und auch als er seine eigenen Pläne für Ishmael aufgibt. Und dann später mit Sarah Isaac bekommt, genau. Und wenn er später Isaac als ein Sohn von Sarah wird der Bund zwischen Gott und Abraham gesichert. Und aus Jakob entsteht dann das Volk Israel. Und aus Israel kommt dann später der Heiland und der Retter Jesus. Und es hat alles angefangen, nur weil Abraham gehorsam war und willig war, Opfer zu tun. Und Gottes Wille für unser Leben ist auch Wachstum und Veränderung in Glauben. Und ich hatte ja vorhin gelesen, dass in 1. Mose 22 heißt es, und es geschah nach diesen Dingen, also nach diesen Opferungen und Veränderungen und Segnungen. Und da geschah nach Folgendes. Und Gott sagt zu Abraham, er soll seinen Sohn Isaac opfern. Und hier wird das erste Mal im Wort Gottes das Wort Liebe benutzt. Und Abraham musste sich bis jetzt irgendwo nur von etwas drin, was ihm wertvoll auf natürliche Art und Weise war. Und jetzt verlangt Gott von ihm etwas Leibliches, was wirklich mit ihm verbunden war. Aber alles, was Abraham bis zu dem Zeitpunkt erlebt hat, oder diese Veränderung, war alles eine Vorbereitung für dieses letzte Opfer. Oder für dieses vierte Opfer. Wir wissen alle, wie diese Geschichte oder dieses Opfer ausgeht. Und viele von uns, or we know all, how the story of this offering goes out. Abraham ist gehorsam, nimmt Isaac mit auf den Berg. Auf den Berg Moriah. Und dort legt er ihn auf den Altar. Und er selbst mit ihm errichtet hat. Und er hat den Altar vorbereitet. Und er legt ihn auf den Altar. Und ich kann mir das immer so gut vorstellen, er ist bereit, ihn zu opfern. Und dann greift Gott ein und sagt, opfer deinen Sohn nicht. Abraham war gehorsam, obwohl es schwer war menschlich. Und ich denke, er konnte es niemals aus eigener Kraft tun. Gott musste ihm die Kraft geben. Und er wurde wirklich zum Glaubenshelden. Jemand, der wirklich ein Vorbild für uns sein sollte. Und er wurde es aber nicht von Null auf Hundert. Er musste durch einen Prozess durchgehen. Und ich denke, darin soll er uns einfach ein Vorbild sein. Denn wir werden auch im Neuen Testament aufgefordert, zu wachsen. Und das ist ein Beispiel für uns. Denn in dem Neuen Testament sind wir alle gegrüßt, zu wachsen. In 2. Petrus 3, 17, im ersten Abschnitt, heißt es, Wachse dagegen in der Gnade und der Kenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Es heißt, Wir sollen wachsen im Glauben. Wir sollen Jesus mehr und besser kennenlernen und erkennen. Wir müssen lernen, Jesus mehr und besser erfahren. Und was ich persönlich auch irgendwo realisiert habe, dass diese Veränderung, dieses Wachstum, nicht eine einmalige Sache ist. Und diese Veränderung und diese Transformation sind nicht ein lebenslanger Prozess, wie bei Abraham. Seine Opferung und Veränderung haben sie auch nicht innerhalb von einer Woche ergeben. Es war über Jahre hinweg. Und Wachstum bringt Veränderung. Und wenn Gott diese Veränderung wirkt, wird sie auf jeden Fall zum Segen für uns werden. Aber ich erkenne mich da selbst oft dabei, dass ich, wenn ich irgendwo sehe, da möchte Gott mich verändern. Und da sage ich, ich mag eigentlich nicht, weil ich weiß, es wird mir ein Opfer kosten, es wird schmerzhaft werden eventuell. Aber jedes Mal, wenn ich durch so Veränderungsprozesse durchgegangen bin, kann ich am Ende sagen, Danke, Herr. weil es mir wirklich zum Segen wurde und auch für andere Menschen. Und ich denke auch, wenn wir im Glauben und im Leben einfach wachsen, werden wir uns irgendwann auch mit unseren Fehlern konfrontieren müssen. Und ich denke, das ist besonders in unserer heutigen Welt und Gesellschaft sehr schwer. Ich meine, Fehler einzugestehen oder sich mit eigenen Fehlern auseinanderzusetzen, ist ungefähr das Gleiche wie die Schwachheit preiszugeben. Und sobald wir unsere Schwachheit irgendwie immer sagen in der Welt oder sonst wem, wird es gleich irgendwie als Ausschlusskriterium genommen und gesagt, was ist das für eine Person, warum einfach als negativ über uns gestellt. Und ich finde es einfach genial, bei Gott ist es nicht so. Wenn wir wirklich unsere Schwachheiten vor Gott eingestehen, und wir sagen, Gott, ich bin einfach schwach. Und dann dürfen wir erleben, dass wirklich Gottes Kraft in uns wirkt und uns stark macht. Ohne ihn können wir eh nichts tun. Wir brauchen Gott für unser Leben. Also wer sich auf diesen eventuell nicht immer schmerzfreien Wachstumsprozess einlässt, wird auch feststellen, dass wirklich die Liebe und Gnade Gottes einen nie fallen lässt. Und wenn wir uns zu diesem Prozess verabschieden, wir werden uns nicht verabschieden, dass die Liebe und die Gnade von Gott niemals verabschieden. Aber wie ich schon mal gesagt habe, wir werden immer einen Gewinn oder einen Segen daraus ziehen. Ich denke, jeder von euch kennt die bekannte Journalistin und Autorin Nina Hoge. Und sie hat mal folgendes Statement gebracht. Und das ist was sie gesagt hat, was sie gesagt hat. Schwierigkeiten, Niederlagen und Krisen bekommt jeder von uns auf seinem Lebensweg serviert. Ich sehe sie als Trainingseinheiten, die ihm helfen, innerlich zu wachsen. Ich sehe sie als Training Möglichkeiten, die mir helfen, zu wachsen. Denn meistens erkenne ich im Nachhinein, dass ich damit stärker, klarer und reifer geworden bin. Und ich kann da voll zustimmen. Weil ich das oft schon selbst erlebt habe. Lass uns kurz zu dem Bild zurückkommen am Anfang. Was hat das eigentlich mit der Waschmaschine Gottes zu tun? Lass uns einfach mal so vorstellen. Ich bin manchmal sehr fantasievoll. Also, und der Wäschekorb stellt unser Leben dar. Und die Klamotten drin sind unsere Lebensbereiche. Und je nachdem, was Gott halt gerade waschen oder verändern möchte, tut er halt gerade in die Waschmaschine legen. Und der Geist Gottes ist das Waschmittel. Und er wirkt wirklich die Veränderung an unserem Leben. Und jetzt will ich auch noch ein paar persönliche Sachen einfach sagen, in Bezug auf die Waschmaschinen, durch die ich schon gegangen bin. Und lass mich ein paar persönliche Dinge erzählen, wie ich durch diese Waschmaschine von Gott ging. Eine von den Waschmaschinen war meine Ausbildung. Eine von diesen Waschmaschinen Erfahrung war meine wie ihr wisst oder auch schon in anderen Predigungen gehört habe, war ich sehr zurückhaltend und schüchtern als Teenager. Als Teenager war ich sehr sehr schade und eine sehr nahe Person. Und ich hatte mit Menschen nicht so viel zu tun gehabt. Mir war es sehr schwer gefallen, auf Leute zuzugehen oder auch hier vorne zu stehen. Das war damals so möglich. Und ich kam in diese Ausbildung rein und hat Gott wirklich die Tür geöffnet dort die Ausbildung zu machen im Einzelhandel. Und dort musste ich mit Menschen umgehen oder einfach lernen mit ihnen umzugehen. Und da hat mich Gott einfach verändert, wirklich auch diese Schüchternheit weggenommen wirklich mit Freimütigkeit ersetzt. Und ich durfte auch lernen unter Stress zu arbeiten und wirklich auch darin gelassen zu bleiben. Und mein Selbstbewusstsein ist auch in dieser Zeit einfach regelrecht explodiert, es wurde wirklich stärker. Und dann kam ich auf ETS und jetzt kommt der geistliche Teil. In der Ausbildung wurde ich menschlich und charakterlich geformt und verändert. Und jetzt kam ich auf ETS und das war vor drei Jahren. Vor etwa zwei Jahren. Genau. Und dort konnte ich wirklich erfahren, diese Freimütigkeit geistlich anzuwenden, in dem Form von Predigen zum Beispiel. Und auch dieses Selbstbewusstsein hilft mir einfach hier vorne zu stehen vor euch und einfach so mit euch zu sprechen oder einfach das Wort zu bringen. Und auch während dem Studium bin ich jetzt auch wenn ich irgendwie im Stress bin, nicht gleich Kopf in Sand oder was weiß ich, sondern ich weiß damit umzugehen. Und das Genialste an der ganzen Sache ist auch einfach, wenn ich mit Menschen über das Evangelium spreche, fällt es mir viel leichter. Ich meine, wenn ich mir damals vorstelle, wenn wir irgendwie auf der Straße waren als Gemeinde, ich habe so gut wie mit keiner Person gesprochen, weil ich einfach, ich konnte es nicht, ich war einfach zurückhaltend. Und heute kann ich auf eine Person zugehen, ohne großartig darüber nachzudenken, was denkt sie vielleicht, warum ich jetzt zu ihr komme, sondern ich habe einfach diese Freimütigkeit, dort zu der Person zu gehen. Und es hat Gott gewirkt, angefangen bei der Ausbildung. Und eine andere Waschmaschine, die bin ich gerade aktuell mit drin, ist die Beziehung mit Rahel. Ich meine, jeder weiß, dass auch so ein Lebensabschritt irgendwelche Herausforderungen bringt. Und jeder weiß, dass die Beziehung auch Herausforderungen Ich meine, ich habe niemals gedacht, dass ich so verliebt bin, wie ich jetzt bin. Und ich hatte immer zu Gott gesagt, hey, ich will echt eine Freundin oder Frau haben, die wirklich nach deinem Herzen ist. Und dann kann ich auch wirklich sagen, betet für so Sachen. Jetzt bestimmt die Jugendlichen angesprochen. Und es hat bei uns auch über ein Jahr gedauert, bis wir wussten, hey, Gott ist da am Staat und hat seinen Arm und Segen dazugegeben. Und ich kann jetzt wirklich sagen, dass sie eine Gebetserhörung für mich ist. Aber auch in so einer Sache brauchen wir Gottes Hilfe. Und es ist auch eine Waschmaschine, wo wir durchgehen, weil Mann und Frau einfach zwei verschiedene Menschen sind. Und wenn Gott wäscht, dann wäscht er auch manchmal mit verschiedenen Einstellungen. Und ich habe mir die Woche auf der Schule mal so eine Waschmaschine noch mal genauer angeschaut. Ich meine, seit ich auf der Schule bin, habe ich gelernt zu waschen. Ich meine, hatte ich am Anfang nicht perfekt geklappt, aber es war gut. Dann am Ende so langsam. Ich glaube, das erste Mal, wo ich gewaschen hatte, habe ich das Zeug in die Waschmaschine, ich weiß gar nicht, auf welchem Programm, 30 Grad, Buntwäsche, egal was drin war, habe es da rein. Und habe ich mir gedacht, der Trockner, der ist gut, der ist eine gute Hilfe für mich, ich schmeiße einfach alles rein. Schlafanzukose drehe und die waren am Ende so, glaube ich. Und meine Trousers waren so lang nach dem waschen. Und es ist wichtig, dass es bei Gott nicht so ist, dass er weiß, was für ein Programm er wählt und wie er wäscht. Es gibt drei Programme, die ich gefunden habe, es ist kochen, buntwäsche, feinwäsche und pflegeleicht. Es sind drei Programme, die ich gefunden habe, die beurte und kauer clothes, dann feine clothing und 30 degrees, pflegeleicht, easy clothes. Und habe überlegt, was könnten die einzelne Programme so bei Gott darstellen? Koch und buntwäsche habe ich gesagt, sind die harten und robusten Lebensbereiche, wo er wirklich ordentlich was arbeiten muss, wo er vielleicht auch am wichtigsten sind für uns. Und feinwäsche ist eher so der sensible Bereich, wo noch kleine Dinge verändert werden müssen, so Details in unserem Leben. Und pflegeleicht ist dann der Bereich oder die Bereiche, wo Gott schon gewirkt hat, aber noch immer wieder verändern muss. Richtig, und wenn man in dieser Waschmaschine Gottes einfach drin ist, tut es auch oft weh und kostet Kraft. Und in der Vorbereitung kamen hier einfach zwei Gedanken aus dem Wort Gottes und und die kommen mir oft in Predigt Vorbereitungen rein, wenn ich so über so ein Thema spreche, dass Gott uns niemals mehr auflädt, als wir tragen können. Er wäscht uns nicht mehr, als wir aushalten können. Römer 8 sagt auch, alles wird uns zum Besten dienen. Romans 8 sagt, alles funktioniert für gut. Er lädt uns niemals mehr auf, als wir tragen können. Und alles wird uns zum Besten dienen. und nach so einer Reinigung oder Veränderung durch den Heiligen Geist müssen wir auch schauen, dass wir fresh und clean bleiben. Wir sind immer noch Menschen in einer Welt, die wirklich gefallen ist, wo wirklich sündhaft ist. Und wir sind versucht, eventuell wieder in alte Gewohnheiten reinzufallen. Und darum ist wichtig, unser Leben rein und heilig zu halten, wie Römer 12 Vers 2 sagt. Wir lesen die Passage mal Römer 12 Vers 2 Vers 12 2 Genau, gestaltet euer Leben nicht nach der Weise dieser Welt oder Weltzeit, sondern lasst euch viel mehr umwandeln und eine neue Gesinnung schenken. Dann werdet ihr auch im Stande sein, zu prüfen und zu erkennen, was Gottes Will ist, was in seinen Augen gut, schön und vollkommen ist. Und wenn wir durch diese Waschmaschine Gottes gehen, passiert auch Heiligung. Und in 1. Thessalonians 4 Vers 3 heißt es, Gottes Wille für unser Leben Heiligung ist Heiligung. In dieser Waschmaschine werden wir verändert, aber auch geheiligt. Und unser altes Ich muss immer mehr absterben und Jesus immer mehr größer werden in unserem Leben. Und ich denke, das Wichtige ist, an dieser Heiligung festzuhalten oder an dieser Veränderung, die Gott gewirkt hat. Und es gibt drei simple Sachen, die wir machen sollten, aber die praktisch schwer werden könnten. Einfach tägliches Gebet, tägliches Wortlesen und Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Bei tägliches Gebet ist mir eingefallen, einfach die Beziehung zu Gott und die Lebensbereiche und den Charakter pflegen, sodass sie nicht wieder schmutzig werden. Und beim täglichen Wortlesen passiert einfach diese geistliche Nahrung stärkt und fest diese Veränderung einfach nochmal versiegelt irgendwo. Die daily reading gives us the spiritual food that we need every day to get deeper roots with God and this transformation will become stable and grow deeper. And the fellowship with the believers is important to share our experiences to get encouraged when we go through the difficulties and the challenges. But not only as individual believers but also as a church our desire is to grow closer towards Jesus. Ephesians 4 15 says but speaking in truth of love may grow up in all things into him who is the head Christ. Genau. Ich möchte euch noch eine Geschichte vorlesen. Als die Ägypter die letzten zweieinhalb Millionen Steinblöcke an der Pyramide verbaut hatten, da haben sie ihr Werkzeug und ihre Sachen, mit denen sie gebaut haben, zur Seite gelegt und gemeint, so, es wäre geschafft. Und inzwischen sind 4.000 Jahre vergangen und abgesehen von ein paar kleinen Schäden steht die Pyramide genau noch so da, wie sie aufgebaut wurde. Und die meisten Leute stellen sich auch so eine Bekehrung vor. Und nach Jahren irgendwie, wo sie nach dem Lebenssinn gesucht haben und ihn endlich gefunden haben, haben sie gedacht, so, das ist es jetzt. Und viele Leute denken, okay, once when I looked for the sense of life and now I found it through the conversion, that's it now. Sie denken vielleicht, ach, es ist alles perfekt, jetzt muss ich noch warten, bis ich in den Himmel komme. Now everything is perfect, I need to wait till I come into heaven. Aber ich denke, dass es nicht so ist. But it's not like that, I believe. Wir sind nicht irgendwelche Monumente, sondern wir sind Organismen. Und was wir erlebt haben an unserer Bekehrung war einfach das Ende unseres Sündhafenlebens und ein Leben, wirklich ein neues Leben mit Jesus. Aber in diesem neuen Leben findet Heiligungsstadt. Und die Kraft, die wirklich uns freigesetzt hat und wirklich uns einen neuen Verstand, einfach eine Wiedergeburt geschenkt hat, die gibt uns auch die Kraft, wirklich immer Jesus ähnlicher zu werden. Weil keiner von uns hier ist perfekt. Und jeder braucht einfach noch diese Veränderung in seinem Leben. Und wir sind und bleiben einfach in einem Veränderungsprozess, der manchmal schmerzhaft ist, aber zum Segen für uns wird. Lasst uns zusammen aufstehen. Ich möchte einfach noch mal kurz zusammenfassen. Wachstum hängt immer mit Veränderung zusammen. Veränderung wird uns, wenn sie von Gott gewirkt ist, immer zum Segen sein. Veränderung kostet Kraft und auch Opfer, wie bei Abraham. Aber Gott legt uns aber niemals mehr auf, als wir tragen können. Veränderung ist notwendig und ein lebenslanger Prozess. Vielleicht können wir gerade einfach alle unsere Augen schließen, einfach sich selbst jetzt einfach innerlich betrachten, wo brauche ich noch Veränderung? Vielleicht wurde es irgendwie angesprochen und weiß Gott, da brauche ich eigentlich noch voll die Veränderung. Oder vielleicht hast du Sünde in deinem Leben und sagst, Gott, da brauche ich Vergebung und einfach auch da Veränderung. Oder vielleicht bist du gerade so in einem Veränderungsprozess und sagst, Gott, ich schaffe es einfach nicht. Und du brauchst einfach Kraft, Geduld und wirklich neue Hoffnung, dass Gott es wirklich zu Ende führen wird. Weil sein Wort sagt, dass er das gute Weg in uns vollenden wird. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, ich brauche Heilung und Veränderung in dem Bereich. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du heute hier nicht rausgehst, bevor du wirklich im Herzen gesagt hast, Gott, ich möchte verändert werden. Und ich möchte dich einfach einladen, wenn du sagst, Gott, ich möchte einfach diesen Schritt näher zu dir machen und wirklich auch sagen, Herr, ich brauche einfach Veränderung und Wachstum in meinem Leben. Dann würden wir einfach gerne mit dir zusammen beten und das vor Gott bringen. Es ist egal, welches Anliegen es ist, wenn es einfach für neue Kraft ist, einfach für Heilung auch oder einfach für Dinge, wo du sagst, Gott, wirke einfach. Und ich weiß, dass Gott wirklich Veränderung schenken kann, weil er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und schaut nicht irgendwie auf den Nachbarn oder wen auch immer, sondern es geht um dich und Gott allein jetzt. Und vielleicht bist du auch hier und kennst Jesus noch gar nicht. Und vielleicht bist du auch hier und du kennst Jesus noch gar nicht. Dann möchte ich dich wirklich auch einladen, dass du wirklich dein Herz zu ihm öffnest. Ich möchte dich auch empfehlen, dass du dein Herz zu ihm öffnest. Und er möchte dir begegnen heute Morgen in seiner Liebe und Gnade. Ich möchte dich mit seiner Gnade und seiner Liebe treffen, mit seiner Gnade, mit seiner Gnade zu treffen. Sei einfach Willkommen bei Gott. Und du bist willkommen zu Gott, mit Gott. Er wird dich niemals ausstoßen, wenn du zu ihm kommst. Egal, was du deinem Leben gemacht hast, was du vielleicht auch gesündigt hast, Gott wird dir aufrichtig vergeben, wenn wir ehrlich sind vor ihm. Gott wird dir vergeben, was in deinem Leben passiert, wenn du ehrlich bist vor ihm. Sei ermutigt, nach vorne zu kommen. Wir würden gerne mit dir beten. Fühl dich frei, nach vorne zu kommen. Wir würden gerne mit dir beten. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020